Das gehört zu den großen Erlebnissen meines ganzen Künstlerlebens, dass ich sammlerhistorische Instrumente zunächst einmal die Erlaubnis bekam, diesen Flügel überhaupt zu berühren, das heißt die Tasten zu berühren mit größter Schüchternheit. Ich war damals den Museumsangestellten, das ist Mozarts Geburtshaus, zunächst noch nicht bekannt, aber wie sie dann merkten, wie ich ein paar Tasten anrührte, spürten sie, naja, der kann wirklich mit dem Instrument umgehen. Und kurz danach bekam ich die Erlaubnis auf diesen kostbaren, einmaligen Instrument, das Mozart während seiner Wiener Zeit hatte und auf dem er alle seine Klavierkonzerte der späteren Zeit und seine großen anderen Klavierwerke und Kammermusik komponierte, dass ich dieses Instrument mit meinen Händen berühren durfte. Man kann das nur mit dem Begriff Andacht bezeichnen, aber man darf auch nicht zu viel Respekt haben und man muss auch fest in die Tasten greifen können. Natürlich ist so ein Instrument ganz anders zu behandeln wie ein modernes, aber das Erstaunliche ist, wie gut das vor allem damals geklungen hat. Das Instrument ist nachher auch mehrmals neu restauriert worden und man hat es mehr in den Urzustand versetzt als damals 1965, ich spielte er dann auch zehn Jahre später wieder auf dem gleichen Flügel, da war er immer noch ganz wunderbar. Da kommt ein Klang, dass man glaubt, das Instrument ist erst gestern gebaut, das ist zum Staunen und diese Fülle im Bass und diese Schönheit. Ich möchte das sagen, das romantische Element, man kann sich wirklich im Gefühl gehen, eine ganz große Erfahrung. Diesen Flügel hatte ich schon früher gespielt, als ich als 24, 25-Jähriger meine Begeisterung für den Hammerflügel, für das Instrument, den Mozartflügel, den Beethovenflügel entdeckte. Das war mein erster Besuch natürlich im Kunsthistorischen Museum Wien, Sammlung alter Instrumente, wo ich in dem damaligen Leiter Dr. Victor Luitlen, einen begeisterten Förderer, fand, der sofort Konzerte dort arrangierte und es mir auch ermöglichte, Aufnahmen zu machen. Damals ein Novum, es gab so gut wie kein Interesse in der großen Musikwelt am Hammerflügel und die Aufnahme war auch eine geteilte. Ich spielte dieselben Werke, darunter diese herrliche Fantasie und Fuge C-Dur, das Adagio H-Moll, die F-Dur-Sonate, die ganz polyphon gebaut ist, Köchel 533, sowohl auf dem Walterflügel wie auch auf einem modernen Flügel. Für die Firma Westminster, die mich damals förderte, mit der ich weit über 100 LPs einspielte. Und der Erfolg in den frühen 50er Jahren war also sehr mäßig. Mir fällt das Bonmot ein, über ein Konzert enden wollender Applaus. Also man hat gesagt, wozu diese Drahtkisten? Man hatte noch kein Verständnis dafür, obwohl die Instrumente ganz hervorragend restauriert waren. Und 20, 25 Jahre später war das dann schon ganz anders und nicht zuletzt dank einiger Aufnahmen, die ich später gemacht hatte, auf eigenen Flügen, und die also einen unerhörten Anklang gefunden haben, besonders in Mitteleuropa, Frankreich, Deutschland, Spanien auch. Ja, und zu dieser Zeit wurde ich auch eingeladen, in New York auf einem Hammerflügel einen ganzen Mozart-Abend zu geben. Soweit ich mich erinnern kann, es war schon im Lincoln Center, ich glaube in der Alice Tully Hall. Auf jeden Fall, glaube ich, musste man den Flügel damals leicht verstärken. Das war natürlich in Amerika nur eine Kopie. Und bei der Gelegenheit ist auch diese Aufnahme entstanden, die mir viel Spaß macht, nämlich Mozarts bedeutendstes Variationenwerk, außer vielleicht Köchel 613, über ein Thema von Glück, unser dummer Pöbel, meint, dass ich mit Humor spielte und dann auch, wie gesagt, ein paar Wochen später in New York, und Zeit, die ich aber nie wieder berührt habe, das gibt es oft, dass man irgendein Stück gern hat und dann aus, was immer für Gründen, es können auch technische Gründe sein, dann sich einer anderen Literatur zuwendet. Ja, da ist noch dieser köstliche Marsch in C-Dur dabei, der so gut wie unbekannt ist und der gerade auf einem Hammerflügel also unglaublich zündend wirkt.